Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 185. Ich bin Tobi und ich lese euch heute den Schutzengel mit Segelohren vor und zwar das Kapitel 5. Ja, jetzt geht es also los. Der Marathon beginnt, der Sprint beginnt. Ich habe mir vorgenommen, zum zweiten Geburtstag vom Einschlafen-Podcast die 200. Episode vom Einschlafen-Podcast zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass ich spätestens ab dem 8. Oktober jeden Tag eine Episode veröffentlichen muss. Und das werde ich auch tun. Also ab dem 8. Oktober wird jeden Tag eine Episode vom Einschlafen-Podcast veröffentlicht. Damit am 18. Oktober, was nämlich der zweite Geburtstag vom Einschlafen-Podcast ist, die 200. Episode rauskommen kann. Ja, das heißt auch, dass wir bis zum 8. Oktober irgendwie bei 190 angekommen sein müssen. Deswegen müsst ihr jetzt auch nicht bis Montag warten, bis diese 185 erscheint, sondern die erscheint gleich heute am Freitag, dem, was weiß ich, 28. September oder so. Und ja, es wird jetzt halt öfter mal Einschlafen-Podcast-Episoden geben zwischendurch. Wahrscheinlich einfach das ganze Wochenende über. Wenn ihr jetzt live dabei seid, dann habt ihr das Glück, dass ihr gleich drei Einschlafen-Podcasts am Stück hören könnt. Wenn ihr aus der Konserve hört, dann macht euch das eh alles nicht so aus. Ja, ich freue mich, dass ein paar Leute mich dabei begleiten bei diesem Live-Podcast. Das freut mich sehr, dass da also Leute sich die Zeit nehmen und abends gleich live zuhören, wie ich hier vorlese. Da fühle ich mich nicht ganz so allein. Man fühlt sich ja schon manchmal merkwürdig, wenn man alleine zu Hause auf dem Sofa sitzt. Die Frau ist üblicherweise auf dem anderen Sofa in dem anderen Wohnzimmer. Wir haben das Glück, dass wir zwei Wohnzimmer haben. Das war so die einzige Luxusbedingung, die wir für unser Haus hatten. Ich habe mir immer ein Zimmer gewünscht, wo kein Fernseher drin ist, weil ich halt Fernsehen nicht so gerne mag. Und das ist mittlerweile mein Podcast-Studio geworden. Naja, also bis auf den Mikrofonständer, der hier oben steht, hat es nicht viel von einem Studio. Aber man kann hier ganz gut Podcast aufnehmen. Ja, so sieht es aus. Also heute Abend werden drei Podcasts aufgenommen, morgen wieder. Und irgendwie versuche ich halt dann bis zum 18. Oktober den 200. fertig zu kriegen. Bin gespannt, ob das klappt und ob mir auch genug einfällt, was ich dann da erzählen kann. Ich selber habe ja am 17. Oktober Geburtstag. Ich werde, wie alt denn eigentlich? 38? 38 Jahre alt werde ich. Meine Tochter hat auch am 17. Oktober Geburtstag. Die wird neun. Und der Podcast hat am 18. Oktober Geburtstag, der Grund dafür ist einfach der, dass ich vor genau zwei Jahren zum Geburtstag mein AKG-Mikrofon geschenkt bekommen habe. Dass ich jetzt leider gerade, ich weiß, Geschenke verkauft man eigentlich nicht, aber ich habe es auf Ebay verkauft. Nach Ostfriesland ist es gegangen, ich hoffe, es ist heute schon angekommen, vielleicht auch erst morgen. An Hartmut, oder? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Hartmut war der Vorname. Und mit diesem Mikrofon, das ich also vor zwei Jahren zu meinem Geburtstag am 17. bekommen habe, habe ich am 18. angefangen, den Podcast aufzunehmen. Ja, ist schon ganz schön lang eigentlich die Zeit. Aber hat sich auch viel getan, hat sich viel verändert. Und das Format ist trotzdem, obwohl ich ab und zu versucht habe, es anzupassen, immer gleich geblieben. Es ist also, ich erzähle ein Viertelstündchen oder so, früher war es mal kurz und mal länger. Ich habe mich mittlerweile so ungefähr auf eine halbe Stunde pro Episode eingependelt, was mich so den Tag über bewegt hat und was mir so am Herzen liegt. Und danach lese ich euch was zum Einschlafen vor. Ja, und eine Sache liegt mir am Herzen, die ich euch jetzt gerne erzählen würde. Und zwar geht es um etwas, worauf ich auch schon öfter gesprochen habe. Aber diesmal hat es wieder einen Grund, nämlich geht es um Flatter. Thema der heutigen Sendung ist also Flatter. Warum ist das das Thema? Ich habe was vor. Und zwar die zehn Episoden vor der 200. Also ab der 91. quasi. Oder ab der 90. Mal gucken. Irgendwie so. Werde ich, nee, ab der 91. Dann wird es halt in jeder Episode eine Flatterbombe geben. Ich möchte den Geburtstag gerne feiern mit Geschenken. Aber nicht mit Geschenken für mich, sondern mit Geschenken für andere. Was ist jetzt eine Flatterbombe? Also vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es noch nicht kennen. Flatter ist ein Dienst im Internet, ein System, eine Webseite, wo man sich registrieren kann. Und dann kann man dort Geld einzahlen auf ein Konto. Und dieses Geld kann man dann verflattern. Das bedeutet, dass Webseiten, die einen Flatterknopf eingebaut haben, da kann man einfach auf diesen Knopf drücken. Und dann gibt es da einen Zähler, der einfach hochgezählt wird, wie oft dort schon gedrückt worden ist. Und am Ende eines Monats wird geguckt, wie oft hat ein Benutzer auf solche Flatterknöpfe gedrückt. Und durch diese Anzahl wird sein Betrag, den er pro Monat verflattern möchte, geteilt. Und die Leute, bei denen der gedrückt hat, bekommen dann diesen Betrag. Es gibt dazu ein nettes Erklärbär-Video, das setze ich dann auch gerne ins Blog von Flatter selber. Die erklären das mit einem Kuchen. Also man stellt sich das vor, dass man jeden Monat einen Kuchen hat. Und je öfter man halt auf diesen Flatterknopf drückt, in so viele Teile wird dann der Kuchen geteilt. Und am Ende des Monats, wenn der Kuchen schon trocken ist, kriegt halt jeder, bei dem gedrückt worden ist, ein Stück von dem Kuchen ab. Da geht es nicht um große Beträge. Also ich glaube, die Default-Einstellung ist, man verflattert irgendwie zwei oder fünf Euro im Monat. Ich habe mittlerweile zehn Euro eingestellt, die ich verflattere, weil es einfach so viele Sachen mittlerweile gibt, wo ich auf Flatter drücke. Und es mir schon fast peinlich ist, einen Betrag von irgendwie unter zehn Cent an die Leute zu verteilen. Deswegen habe ich das ein bisschen höher gesetzt. Aber viel höher geht es, glaube ich, auch gar nicht. Also man kann da auch nicht beliebig viel Geld verflattern. Und es geht bewusst um kleine Beträge, um Trinkgeldbeträge eigentlich. Und ja, bei mir läuft es ziemlich gut. Ich habe den Flatterknopf auch eingerichtet bei mir. Also ich benutze es nicht nur aktiv zum Flattern, um anderen Leuten Geld zukommen zu lassen. Das mache ich auch sehr gerne. Aber ich benutze es auch passiv. Also ich werde geflattert von euch, von meinen Hörern. Und da sind am Anfang immer so ein, zwei Euro im Monat zusammengekommen. Und das war natürlich nett, weil es ein, also für mich fühlt es sich so an, als wäre es mehr wert als ein Facebook-Like. Bei Facebook kann man ja auch geliked werden. Und das ist schön. Das freut mich auch immer. Und da hat sich auch eine rege Einschlafen-Podcast-Community mittlerweile zusammengefunden. Finde ich ganz große Klasse. Und das ist mir auch was wert. Und das ist auch nicht nur ideeller wert, sondern das ist ja auch Werbung, die ihr quasi für mich macht, wenn ihr auf Facebook auf Like klickt oder auf Share klickt. Weil das dann eben eure Freunde sind und dadurch ich noch neue Leute erreiche. Aber so ein Flatter-Klick, da ist halt tatsächlich dann Geld im Spiel. Da sagt man, das ist mir was wert. Dafür zahle ich auch gerne was. Obwohl das Angebot natürlich kostenlos ist und natürlich auch kostenlos bleibt. Der Einschlafen-Podcast, da möchte ich kein Geld für nehmen. Und kann ich ja auch gar nicht, weil man Podcasts eben gar nicht kommerziell anbieten kann. So ohne weiteres. Und trotzdem gibt es halt Leute, die sagen, das ist mir was wert. Da lasse ich dir was da. Mittlerweile, die letzten beiden Monate waren da ziemlich erfolgreich. Was auch zu großen Teilen am Realitätsabgleich liegt, den ich mit Holger zusammen mache. Der Holger Klein hat da schon eine etwas größere Hörergemeinde und auch eine sehr technikaffine Hörergemeinde, wie mir scheint. Und die auch auf neue Services abfahren. Wie eben auch auf Flatter. Wahrscheinlich hat er die meisten Flatter-Hörer von Tim Pitloff geerbt. Also Tim Pitloff ist ja der Podcast-Guru in Deutschland, kann man fast sagen. Und der hat sehr, sehr viele Leute für Flatter begeistern können. Und hat mittlerweile so um die 1700, 2000 Euro pro Monat, die er per Flatter verdient. So viel ist es bei mir noch nicht. Aber es sind immerhin in den letzten beiden Monaten jeweils über 100 Euro zusammengekommen. Und von dem Geld kann ich mir halt Sachen kaufen, die ich mir sonst nicht kaufen würde. Das ist für mich quasi Spielgeld. Also es ist nichts, was ich jetzt für Lebensmittel oder für ein allgemein, was weiß ich, hier Haus abbezahlen oder sonst wie was ausgeben würde. Sondern ich kaufe mir davon Sachen, die entweder direkt mit dem Podcasting zu tun haben, wie jetzt zuletzt halt von den letzten beiden Monaten und dem Erlös aus dem Verkauf meiner alten Mikrofone. Dann habe ich mir ein neues Mikrofon gekauft. Ich habe es oft genug erwähnt. Das schöne Sennheiser, was mir hier gerade vor der Nase hängt. Aber zum Beispiel auch eine neue Kamera habe ich mir letztens gekauft. Da habe ich auch das Flatter-Geld für genommen, weil sonst hätte ich nicht so eine teure Kamera nehmen können. Oder ich hätte halt einfach ein Modell günstiger genommen oder so. Keine Ahnung, das ist Geld. Das macht mir halt das Leben ein bisschen netter, schöner. Ich kann mir Quatsch kaufen, den ich mir sonst nicht kaufen würde. Und das ist eine tolle Sache. Und ich bin da total dankbar für, dass ich geflattert werde. Und es motiviert mich noch mehr, andere Leute zu flattern. Das heißt, ich fühle mich schon von euch beschenkt, dadurch, dass ich geflattert werde. Es ist also nicht zwingend notwendig, dass ihr mir zu meinem tatsächlichen Geburtstag am 17. oder zu meinem Podcast Geburtstag am 18. noch weitere Geschenke schickt. Das könnt ihr natürlich trotzdem machen. Ich habe da einen Amazon-Wunschzettel. Da ist zum Beispiel gerade der zweite Band von Nils Holgersson übersetzt von Mathilda Mann drauf, das ich vorlesen könnte. Also wenn ihr möchtet, dass Nils Holgersson weiter vorgelesen wird, könntet ihr mir das da zuschicken lassen. Aber was mich noch viel mehr freuen würde als sowas, wäre, wenn ihr bei meiner Aktion 10 Tage, 10 Podcasts, 10 Flatterbomben mitmacht. Das ist also, wie gesagt, an den letzten 10 Episoden vor der 200 soll es losgehen, dass in jeder Episode eine Seite genannt wird von mir, die ich mir ausdenke, die ich aussuche, wo ich euch dann alle bitten würde, bei dieser Seite auf Flatter zu klicken. Damit eben dort eine Flatterbombe landet und diese Person halt reich beschenkt wird. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da dann tatsächlich mitmachen würden. Ich hoffe viele und ich hoffe auch einige von euch dazu zu bewegen, sich überhaupt bei Flatter zu registrieren, weil es halt einfach eine nette Sache ist. Man muss nicht viel Geld investieren. Es gibt so viele kostenlose Sachen im Netz, für die man eigentlich gerne was da lassen möchte. Das ist einfach, ich finde es einfach schön, bei Flatter mitzumachen. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist also meine Idee. Also wenn ihr da mitmachen wollt, dann registriert euch bei Flatter. Deswegen erzähle ich es auch jetzt schon. Und nicht erst dann, wenn quasi die erste Flatterbombe platzt. Damit ihr genügend Zeit habt, euch an dieses System zu gewöhnen. Vielleicht guckt ihr schon mal ein bisschen rum, was man im Netz alles so flattern kann. Es gibt da auch Verzeichnisse bei Flatter.com, wo man sich angucken kann, was besonders gut geflattert wird. Das sind also Sachen, die den Leuten entweder besonders gut gefallen oder wo die Autoren oder die Podcaster sind da ganz gut mit im Rennen, aber auch viele Blogger und alle möglichen Sachen kann man flattern. Man kann mittlerweile sogar über die verschiedenen Integrationen, genau darüber wollte ich auch reden, die verschiedensten Sachen. Also man kann eigentlich alles flattern. Sogar nicht nur Online-Sachen, sondern auch schon Offline-Sachen über QR-Codes. Das ist ganz abgefahren. Das wollte ich eigentlich in einer der nächsten Episoden erklären, aber ich sage es jetzt einfach gleich. Es gibt Dienste, da kann man sich, ich nenne einfach mal Superfaff, ist der, den ich benutze, superfaff.com. Da kann man sich verbinden auf der einen Seite mit Twitter und auf der anderen Seite mit Flatter. Und was Superfaff dann macht, ist, die gucken nach, in regelmäßigen Abständen, was habe ich denn mit meinem Twitter-Account gefafft. Also wo habe ich denn ein Sternchen auf Twitter verteilt, wenn mir ein Tweet besonders gut gefallen hat. Und gibt dann diesen Twitterern für den Tweet ein Flatter. Weil Superfaff kennt dann ja auch meine Flatter-Verbindung und richtet dann einfach dort bei Flatter einen Klick ein. Das heißt, man kann Tweets flattern. Genauso kann man auch auf Soundcloud Songs flattern. Und auf 500 Pixels kann man Fotos flattern und alles Mögliche kann man flattern. Und dabei ist es sogar unerheblich, ob die Leute, von denen die Tweets oder die Songs auf Soundcloud kommen, schon bei Flatter sind. Und Flatter bewahrt die dann erstmal für die auf. Und wenn die sich dann registrieren, dann können die sich auf Flatter mit den jeweiligen anderen Diensten, also mit Twitter und Soundcloud und so weiter verbinden. Und bekommen dann quasi dafür die Flatters gleich gutgeschrieben. Das heißt, die registrieren sich dann und haben dann gleich was. Ich habe sogar überlegt, ob ich vielleicht mal irgendwelche Twitterer, die mir besonders gut gefallen oder Soundcloud-Leute, mit so einer Flatter-Bombe beglücke. Aber da habe ich mir gedacht, nee, vielleicht wollen die gar nicht sich auf Flatter registrieren und dann flattern. Die werden ganz viel geflattert. Und das ganze Geld liegt dann bei Flatter rum und wird nicht abgeholt. Das wäre ja auch schade. Also ich werde nur Leute nennen, die schon bei Flatter sind. Aber wahrscheinlich ist mal mindestens ein Song bei Soundcloud mit dabei. Dann könnt ihr mal diese Integration über Superfaff ausprobieren oder auch direkt über Flatter das machen. Kann ich nur empfehlen. Registriert euch bei Superfaff. Da gibt es auch verschiedene andere Systeme, wo man das machen kann. Also diese Verbindung von Soundcloud nach Flatter und so weiter. Wie gesagt, ich bin bei Superfaff. Das war der erste, über den ich gestolbert war, den ich ausprobiert habe und der für mich sehr gut funktioniert. Ich benutze das vor allem bei Twitter, dass ich halt alles, was ich faffe auf Twitter, wird halt automatisch geflattert. Irgendwie fühlen sich die ganzen Worte, die ich ja gerade sage, faffen und twittern und flattern und so, fühlen sich gerade alle ein bisschen albern an. Ich hoffe, ihr liegt jetzt nicht kichernd im Bett und könnt trotzdem gut einschlafen. Ja, soviel zu Flatter und Flatterbomben. Ich bin echt gespannt, wie viele Leute von euch da mitmachen bei diesen Flatterbomben. Ich würde mich freuen, wenn die Aktion ein bisschen an Traktion gewinnt und da vielleicht noch Leute von euch, von meinen Hörern, auch ein bisschen Werbung für machen. Das wäre nämlich ganz toll, wenn ihr das quasi noch ein bisschen weiter verbreitet und auch eure Netzwerke auf Twitter und Facebook darauf sensibilisiert und sagt, kommt, helft alle mit. Der Tobi lässt gerade eine Flatterbombe hier und dort fallen und flattert auch alle mit. Fände ich großartig. Und das wäre mir tatsächlich das allerliebste Geburtstagsgeschenk, was ihr mir für den Podcast machen könntet, wenn diese Aktion gelingt. Und ja, das fände ich total klasse. Ja, wen ich übrigens noch überreden will, dass sie sich bei Flatter registriert, das ist die Gudrun Mepps, die nämlich das Buch Schutzengel mit Segelohren geschrieben hat. Eine preisgekrönte Kinderbuchautorin, die mir per E-Mail aus Italien erlaubt hat, ihr Buch vorzulesen. Und deswegen darf ich das ja hier im Podcast vorlesen. Und ich finde, dafür, dass ich ohne jetzt irgendwelche Verwertungsrechte, Kosten oder so an sie abzudrücken, die hat einfach gesagt, ja, nur zu, lies man vor. Finde ich, hat sie auch eine Flatterbombe verdient. Und vielleicht habt ihr ja Lust, da dann auch mitzumachen. Ich kriege von euch gespiegelt, dass euch das Buch sehr gut gefällt. Haben sich schon letztes Mal welche beschwert, dass ich wieder angefangen habe, Kant vorzulesen. Ja, von dem Kant komme ich nicht ab. Das muss ich jetzt irgendwie auch zu Ende vorlesen, das Buch, auch wenn es noch relativ lang ist. Ich habe mir überlegt, jetzt in der Zeit bis zum Geburtstag mache ich euch die volle Bandbreite oder die volle Breitseite, wollte ich eigentlich sagen. Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren. Vielleicht macht sie da mit. Und vielleicht kriegt dann sie als Autorin auch ein schönes Dankeschön dafür, dass ich das Buch vorlesen durfte in Form von Flatter. Ja, das fände ich sogar noch am genialsten. Habe ich ihr aber noch gar nicht gesagt. Ich schreibe mir morgen mal eine E-Mail. Mal gucken, wie sie darauf reagiert. Auf meine letzte E-Mail hat sie gar nicht reagiert. Oh, das ist wieder im Spam-Filter gelandet. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja meinen Spam-Ordner jetzt ein bisschen anders eingestellt. Nicht mehr ganz so aggressiv. Das war ja der Grund, warum ich ihre Antwort zuerst gar nicht gefunden hatte, weil die im Spam-Ordner gelandet war. Warum auch immer das so war. Das dürfte jetzt aber eigentlich nicht mehr passieren. Ja, ich habe hier übrigens als Lesezeichen in dem Buch, das ist ja noch ein Papierbuch, lese ich also nicht aus meinem Kindle vor, habe ich ein Lesezeichen vom Hawkins House, The House of Good Books. For books on all things Irish, come to the heart of medieval Galway. Whether your interest lies in the poetry, drama, fiction, history, art, archaeology, genealogy, mythology or music of Ireland, we will help you find the right book for the right occasion. Mail-order-service available. Es gibt also einen Buchladen in Galway, in Irland ist das, in West-Irland, eigentlich eine meiner Lieblingsstädte, wo ich offensichtlich ein Buch gekauft habe und dieses Lesezeichen mitgebracht habe. Und ich habe das hier benutzt in dem Buch und habe ich noch gar nicht gemerkt, dass das mein schönes Lesezeichen aus Irland ist. Wir haben hier so einen Topf stehen mit lauter Lesezeichen drin. Da habe ich das wohl zufällig gegriffen. Und jetzt sehe ich das hier gerade. Ich mag Galway total gerne. Das ist eine ganz kleine Stadt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, irgendwie so maximal 100, 200.000. Ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber ich glaube, es ist die drittgrößte Stadt in Irland oder die viertgrößte Stadt. Die größte ist natürlich Dublin. Und es gibt entweder ein Drittel oder zwei Drittel aller Einwohner Irlands wohnen in Dublin. Ich glaube ein Drittel. Oder zumindest erstaunlich viele. Dublin ist halt eine große Stadt. Da tobt das Leben. Drumherum auch. Wächst ja auch ganz gut die Stadt. Dadurch, dass das Land Irland viel EU-Unterstützung bekommen hat, haben sich dort viele Technologiefirmen auch angesiedelt. Und es war eine ziemlich boomende Gegend. Google sitzt da zum Beispiel auch. Und der Rest von Irland ist aber relativ... Jetzt hört meine Stimme schon auf. Ist relativ karg besiedelt. Da gibt es noch Cork, große Hafenstadt im Süden. Und eben Galway. Limerick ist noch eine Industriestadt. So, ein Schluck getrunken. Vielleicht geht meine Stimme dann gleich wieder besser. Ja, mag ich total gerne. Von Galway geht eine Fähre nach Indischmoor rüber. Beziehungsweise man muss noch ein bisschen mit dem Bus weiter nach Westen fahren. Und dann geht eine Fähre nach Indischmoor rüber. Das ist eine ganz kleine Insel. Eigentlich gehört sie zu einer Dreiergruppe von Inseln. Indischmoor ist davon die größte. Aber Indischmoor selber ist auch schon relativ klein. Indischmoor, die mittlere, ist noch kleiner. Und Indischir ist die kleinste von diesen drei Inseln. Ich war auch schon mal auf Indischir. Das ist richtig klein. Da kann man an einem Nachmittag irgendwie einmal rumlaufen. Indischmoor ist eine super tolle Insel. Wo es einen kleinen Ort gibt, wo man halt mit der Fähre ankommt. Und dann gibt es noch ein paar kleinere weitere Ortschaften, die aber dann immer nur so aus zwei, drei Häusern bestehen. Und es gibt ein altes Fort, das Danengis, Dun Aongasa oder keine Ahnung. Wie man das auf Irisch ausspricht. Das ist ja so eine gälische Sprache. Das ist nur so halb an der Klippe dran. Also das ist einfach eigentlich nur so ein Steinhalbkreis. Das steht direkt an der Klippe. Und als ich das erste Mal da war, mit irgendwie 16 Jahren, Schüleraustausch, da sind wir dort hingefahren, haben uns dieses vorangeguckt, so als Ausflug. Der Schüleraustausch ging natürlich eigentlich nach Dublin. Und da haben sie uns dann gesagt, sie wissen immer noch nicht, obwohl sie irgendwie alles geforscht haben, ob dieses Fort mal ein ganzer Kreis gewesen sei. Oder ob die alten Iren das so an die Klippe gebaut hätten. Das Fort ist schon relativ alt. Wie gesagt, das ist nur ein relativ niedriger Steinhalbkreis und keine großartige Befestigung. Es ist halt nicht ganz klar, ob das mal ein ganzer Kreis gewesen ist und der ist dann mitsamt einer Ladung Klippen irgendwie ins Meer gestürzt. Oder ob es halt immer schon ein Halbkreis gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob sich in den mittlerweile dann also 22 Jahren, seitdem ich diese Informationen bekommen habe, da noch mehr getan hat in der Forschung. Müsste ich mich mal schlau machen. Vielleicht dann in Episode 186, die ich dann am die ich morgen aufnehme. Genau. 188. Da habe ich sechs. Ja, okay. Ich komme schon ein bisschen durcheinander. Ich fange jetzt einfach mal an, es vorzulesen, sonst wird diese Episode auch schon viel zu lang. Und ich möchte heute noch zwei aufnehmen. Also, Gudrun Meps, Schutzengel mit Segelohren, Kapitel 5, Augen zu und zugehört. Mahm hat ihr Versprechen, dass ich mitdarf in die Oper, aber lange nicht eingelöst. Drei Tage lang nicht. Was soll ich da schon machen? Endlose Tage mit Nieselregen, der kein Schnee werden will, liegen da vor mir und wollen und wollen kein Abend werden, der mir Mahm zurückbringt. Dann erst wird es bunt, wenn auch kurz. Ich muss ja dann bald ins Bett. Vorher ist der Tag grau und so lang wie ein endlos durchgekauter Kaugummi. Lies was Schönes, Kind, sagte Mahm und Bücher hat sie auch angeschleppt. Die sind langweilig. Da hüpfen Pilze im Wald lustig und freunden sich an mit Bäumen oder Clowns purzeln herum und machen blöde Sachen. Dafür bin ich zu alt. Spiele hat sie auch angeschleppt, aber die kann man bloß zu zweit oder zu mehreren spielen. Wie soll ich das machen, wenn ich doch alleine bin? Einen Fernseher hat sie nicht gebracht. Der hätte mir doch am meisten geholfen. Aber nach einem Fernseher zu fragen, habe ich mich nicht getraut. Mahm lehnt Fernseher ab. Das ist nicht ihr Stil, leider. Also bleiben mir doch nur die Besuche beim Josef, dem Würstchenmann. Der erzählt mir was, immer dasselbe und ich esse was, immer dasselbe und hinterher ist es mir dumm im Bauch. Wieder habe ich es nicht geschafft, dünner zu werden und auf Fettes und Süßes zu verzichten. Nimmt Gloria mich deshalb nicht mit ins Opernhaus, dem berühmten und für sie so wichtigem, weil ich eine dicke Schande bin? Aber heute war was Gutes. Mitten im grauen Nieselregen, der einfach kein Winterschnee werden will, wollte ich nach meinem leider üblichen Besuch bei Würstchen Josef mit meinem schlechten Gewissen nach Hause schleichen. Da bin ich wieder am Bella Italia vorbeigekommen, wo ich immer vorbeikomme bei den langweiligen Spaziergängen. Immer ist es geschlossen und Bruno mit den netten Augenzwinkern und dem heimlichen Pizzastück kann ich doch sowieso vergessen, genauso wie den roten Anorak. Aber plötzlich war mir so einsam und die Vorstellung, dass in der hässlichen Wohnung bloß Teddy Teddy auf mich wartet, ein Plüschtier, dass ich gedacht habe, Dodo, probier's doch einfach mal, geh einfach mal hin und rüttel an der Tür von Bella Italia. Bleibt sie zu, die Tür, macht auch nichts geschlossene Türen, kennst du doch. Wie oft klappt Mom die Türe zu? Tatsächlich, ich hab mich getraut und die Tür ging tatsächlich sofort auf, die war nämlich gar nicht zu. Bruno stand da, glatzköpfig und in einem dicken Pullover. Er hat mich sofort erkannt und er hat sich kein bisschen gewundert. Er hat mich einfach angelächelt. Im Hintergrund brüllte eine Stimme, Bruno, Tür zu, wir haben noch geschlossen. Ja, Chef, hat Bruno zurückgerufen und mir zugeblinzelt und mich einfach ins leere Restaurant gezogen. Da war es kalt, aber mir war sofort warm. Nicht drum kümmern, um Geschrei, ist netter Mensch, hat Bruno gesagt und mich angelächelt. Für kleine Signorina, wir immer offen. Bruno hat mir den Mantel abgenommen und mir einen heißen Kakao gebracht. Der Chef im Hintergrund hat gekichert und nicht protestiert, sondern bloß sowas gemurmelt wie, unser Bruno und ein Mädel, da schau her. Bruno hat sich zu mir in den Tisch gesetzt und zugeschaut, wie ich den köstlichen Kakaogenossen habe, Schluck für Schluck. Damit er lange vorhält. Hunger, kleine Dame, Bruno zwinkert mir schon wieder zu. Seine Glatze, frisch rasiert, schimmert, fast so ein bisschen wie eine Kugel am Weihnachtsbaum. Ob ich wohl in diesem Jahr einen eigenen Weihnachtsbaum kriege? Den Gedanken schiebe ich lieber weg und nicke und flüstere, aber ich darf nichts essen, was dick macht. Bruno lacht, strahlt, seine Zähne schimmern wie seine Glatze. Wir in Italien lieben Frauen, die rund sind, genau da, wo es schön ist für Frau. Frau muss sein Frau und kein Stil besen. Besenstil, ich muss kichern. Bruno hat mitgekichert und sich entschuldigt für sein schlechtes Deutsch, hat sich an seine Glatze geklopft. Deutsche Sprache will nicht rein da. Ich habe schon wieder kichern müssen. Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal gekichert und wann war mir zum letzten Mal so warm und gemütlich. Jetzt mit einem Bruno, der mir Spaghetti mit dicker Tomatensauce bringt und für sich auch und mit mir zusammen isst und mir erzählt. Von seiner Familie in Italien, von seinen Großeltern, die haben einen Bauernhof auf Sizilien. Er erzählt vom Meer, wie es blitzblau und still da liegt und vom Meer, wenn es grau und stürmisch ist. Und von den Tieren auf dem Bauernhof. Sie lieben besonders ihre Hühner und der Hahn heißt Attila und der wohnt am liebsten in der Küche. Und als er noch ein kleiner Bruno war mit vielen dunklen Locken, Bruno lacht strahlend und streichelt seine Glatze, da hat der Attila sogar in seinem Bett geschlafen, wirklich war. Und heiß war im Sonn immer, und heiß waren immer die Sommer und es hat so gut gerochen nach würzigen Kräutern und alles wächst da wild. Brunos Deutsch gerät ihm etwas auseinander. Ich verstehe ihn trotzdem, er hat Heimweh. Das hätte ich auch, habe ich gedacht, wenn ich Großeltern hätte, die mir erlauben, dass ein Gockelhahn in meinem Bett schläft. Sowas habe ich alles nicht. Den letzten Rest köstlicher Tomatensauce löffle ich und da fällt mir wieder ein, wann mir zum letzten Mal so warm und glücklich war. Die warmen, großen Hände auf meinen Schultern, mein Schutzengel im roten Anorak, der so erschrocken ist. Der hat so um mich, der sich so um mich gesorgt hat. Vergessen habe ich es ganz bestimmt nicht, aber weggeschoben musste ja sein. Er ist ja verschwunden. Du träumen in Spaghetti. Bruno hat mir sanft den Löffel aus der Hand genommen. Wie du heißt, Signorina? Dürfte ich fragen? Ja klar darf er fragen. Dodo, habe ich gesagt und nicht Dora Bella oder Dora. Einer, der einem die Tür öffnet, auch wenn es geschlossen ist, der einem Kakao bringt, und wunderbarer Spaghetti, der sich zu einem setzt und erzählt und der einen nicht tröstet, weil man zu dick ist. Mit so blöden Sätzen wie mit Sport und Diät kriegst du das schon hin oder viele Kinder sind heute übergewichtig, das ist ein Elend oder vielleicht verwächst sich das, wenn du älter bist. Einer, der solche Sätze nicht sagt, sondern sich einfach freut, dass die kleine Signorina da ist. So einer verdient doch, dass man ihm den richtigen Namen sagt. Dodo, hat Bruno gesagt und bei ihm hat es geklungen wie eine kleine Melodie. Du komm wieder? Ja klar, komme ich wieder, wenn ich darf. Offen immer für Dodo, hat Bruno gesagt und mir den Mantel zugeknöpft und die Kapuze über den Kopf gezogen. Deutsch ist Regen draußen, schlimm. Du komm gut heim, Dodo. Den Satz von Bruno, du komm gut heim, Dodo, habe ich am Abend mit ins Bett genommen zu Teddy, Teddy. Mom ist zu spät gekommen für einen guten Nachtgruß. Ich habe trotzdem schöne Träume gehabt. Bruno ist ein bisschen wie ich, ein bisschen Fremd hier. Bloß ist er nicht so dick wie ich. Er ist ein schöner Bruno. Ach, das war doch mal ein schönes Kapitel. Ja, dann wünsche ich allen, die diese Episode gehört haben, eine gute Nacht. Allen, die jetzt hier live zu hören, sei gesagt, da kommt gleich noch eine. Und alle, die das aus der Konserve hören, die dürfen wahrscheinlich schon längst die nächste Folge runterladen. Die kommt dann einfach spätestens morgen. Also, gute Nacht. Schlaft recht schön.